Musik Keine Bühne dem Rechtspopulismus Wir demonstrieren hier gegen den Auftritt von Jürgen Elsässer auf der Karlsruher Montagsdemo. Wir lehnen eine Diskussion mit Jürgen Elsässer sowie den OrganisatorInnen der Montagsdemo bewusst ab, da wir dem Ganzen weder Auftrieb, noch eine Bühne bieten wollen. Wir entscheiden uns bewusst gegen eine Diskussion mit Jürgen Elsässer, nicht weil uns die Argumente fehlen. Im Gegenteil, wir wollen seine fremdenfeindlichen und nationalistischen Thesen einfach nicht durch eine Diskussionsbereitschaft mit ihm legitimieren. Für uns besteht keinerlei Grundlage mit ihm zu diskutieren. Die Einladung Jürgen Elsässers sehen wir als klares Signal, in welche politische Richtung die Karlsruher Montagsdemo abdriftet. Die OrganisatorInnen wissen, wen sie eingeladen haben. Wir wenden uns heute vielmehr an euch als DemonstrantInnen. Jürgen Elsässer, ehemaliges Mitglied im Kommunistischen Bund, Journalist und Buchautor hat in den letzten Jahren jegliche Berührungsängste vor Neonazis, Antisemiten und Homophoben verloren. So besuchte er unter anderem den damaligen iranischen Präsidenten und Holocaust-Leugner Mahmud Ahmadinejad und sagte ihm seine Unterstützung gegen die Proteste im Land zu. Im Jahr 2013 organisierte Elsässer eine Konferenz in Schgolditz, bei der unter anderem Thilo Sarrazin, die Doma-Abgeordnete Elena Misolina, maßgeblich verantwortlich für die russischen Anti-Homo-Gesetze, mit homophoben und fremdenfeindlichen Beiträgen auftraten. 2014 wollte Elsässer in Berlin eine Veranstaltung mit dem Neonazi Karl-Heinz Hoffmann durchführen. Der Rechtsterrorist Hoffmann war Gründer der in den 1970er aktiven Wehrsportgruppe Hoffmann. Mitglieder dieser 400-personen-starken Gruppe töteten unter anderem den jüdischen Verleger und ehemaligen Vorsitzenden der israelitischen Kultusgemeinde Nürnbergs Lomolivin und dessen Frau sowie verübten den Anschlag auf das Oktoberfest, bei dem 13 Menschen starben. Jürgen Elsässer scheint nicht nur Nazis und RassistInnen eine Bühne zu bieten, nein er selbst ist längst angekommen im rechten Lager, er scheint es bloß noch nicht Wahl haben zu wollen. Seine Publikationen im eigens erschaffenen Kompaktmagazin sind gespickt von verschwörungstheoretischem Antisemitismus, rassistischen Implementationen und homophobem Gelaber. Kostprobe, mit Staatsknete wird Multikulti, Gendarmeinstreaming und die schwule Subkultur gefördert, während die Proleten auf Harz IV gesetzt werden, ein Zitat von 2007. Hört sich rechts an ist es auch solche Äußerungen offenbaren Elsässers politischen Standpunkt. Er spricht immer wieder von der Macht des Volkes und von den gefangenen Völkern Europas. Sein Begriff des Volkes ist nationalistisch bzw. völkisch konnotiert. Er tritt für die sogenannte Reinhaltung des deutschen Volkes ein. Die neue Rechte nennt das Ethnopluralismus. Sozialwissenschaftler nennen es modernen Rassismus. Denn Migration wird hier als Bedrohung der eigenen Kultur bzw. Rasse, angesehen. Auch durch seine immer wiederkehrenden homophoben Äußerungen ehrt er eine solche Ideologie. Durch seine verschwörungstheoretischen Erklärungsmuster bedient er antisemitische Klischees. Er spricht vom Finanzkapital, von Gelddynastien, vom Zinsdienst und von internationale, n, Finanzoligarchen und ihre, n, angeschlossenen Bankhäuser, die, ganze Volkswirtschaften mit ihrer Zinsschlinge würgen. Er verwendet bewusst diese Sprache soll doch bei jedem so das Bild vom sogenannten jüdischen Finanzkapitalismus projiziert werden, ein weiteres selbst erschaffenes Feindbild Jürgen Elsässers und ein salonfähiges und vor allem einfaches, Erklärungsmuster für jeden Besucher einer Montagsdeno. Und auf die hat sich Elsässer fokussiert, deswegen ist er auch heute in Karlsruhe. Unter dem Deckmantel der Friedens- und der Antikriegsbewegung versucht er unterschwellig seinen fremdenfeindlichen, antisemitischen und homophoben Müll zu verbreiten, was gut ankommt. Viele Montagsdemos sind längst in der Hand von antiamerikanischen und antisemitischen Verschwörungstheoretikern. Bekannte Nazis werden als Ordner eingesetzt. Organisatoren der Montagsdemos reden offen davon, dass die BRD kein souveräner Staat und von Amerika besetzt sei. Sie schlagen damit in die gleiche Kerbe, in die auch die Neonazis der NPD und andere Organisationen schlagen. Die Bewegung der Montagsdemontrationen ist durchsetzt von Volkstimmlern, Nazis und RassistInnen. Die Ideologie, die diesen Leuten und auch Jürgen Elsässer zugrunde liegt, ist alles andere als freiheitlich und antimilitaristisch. Sie ist das Gegenteil. Hier wird Hetze und Hass gegen MigrantInnen, Homosexuelle, Transsexuelle, Intersexuelle und gegen alle Andersdenkenden betrieben. Die OrganisatorInnen der Montagsdemos bieten einfache Erklärungsmuster in einer Zeit in der Politik und Wirtschaft so komplex geworden sind, dass sie nicht annähernd durch solche rechtspopulistischen und plumpen Erklärungsmuster erklärt werden kann. Das Einzige was dabei rauskommt, ist eine gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Es wird bewusst versucht sich in eine Opferrolle zu drängen, dazu werden Feindbilder kreiert, die dem sogenannten deutschen Volk schaden wollen. Doch die Gründe für Kriege und Krisen basieren allein auf rationalen ökonomischen und politischen Zusammenhängen. Die aktuelle Wirtschaftskrise ist wissenschaftlich erklär- und messbar. Eine irrationale Betrachtungsweise, wie sie Elsässer und Co. präsentieren, die nur auf Hetze ausgerichtet ist, kann niemals die Ursachen beleuchten, will sie auch gar nicht. Es sollen viel mehr Feindbilder erschaffen werden, um nationalistische, rassistische und homophobe Denkmuster in den Köpfen zu verankern. In seine KritikerInnen verunglimpft er als S-Antifa, aus S-A und Antifa, Antideutsche und Gutmenschen. Kritischen Journalismus bezeichnet er als Monopol-Medien. Neonazis sprechen von den sogenannten gleichgeschalteten Medien. Die Ähnlichkeit der Sprache ist verblüfend. Ihm gelingt es so, sich immer wieder in eine Opferrolle zu begeben und die anderen als die Bösen und Schuldigen darzustellen. Doch das ist falsch und gefährlich, da es nicht nur den Tatsachen widerspricht, sondern vielmehr eine fremdenfeindliche, aggressive und rassistische Stimmung verbreitet und fördert. Kriege und Krisen entstehen aus der kapitalistischen Wirtschaftsordnung und werden durch eine neokonservative und marktliberale Politik forciert, nicht mehr und nicht weniger. Die mehr vom starken Volk und vom souveränen Deutschland hilft niemals weiter, im Gegenteil, sie grenzt alle diejenigen aus, die nicht in das eng gefasste, rassistische Bild vom deutschen Volk passen. Wir fordern die TeilnehmerInnen der Montagsdemo in Karlsruhe auf, sich nicht auf Leute wie Elsässer sowie die OrganistorInnen einzulassen und sich endlich für die wahren Ursachen für Krieg und Krise zu interessieren. Die Montagsdemos befinden sich bundesweit in einer Abwärtsspirale nach rechts unten. Sie können und wollen keine Lösungen bieten.